Erlösung. Sie haben dieses Ritual, wenn man volljährig wird. Sie nehmen einen an der Hand und führen einen mit verbundenen Augen in den Tempel hinab. Und das soll einem sündhaften Leben entsprechen. Sie sagen einem nicht, wohin man geht. Bei meinem Ritual schwitzt ich wie verrückt. Er zwinkert dir zu. Sie bringen einen zu diesem reflektierenden Becken dahinten und dieses darf man dann ansehen, um sich seinen Sünden zu stellen. Dann führen sie einen in diesen Raum hier und nehmen einem wieder die Augenbinde ab. Und alle sind da, um dich zu begrüßen. Alle deine Freunde und Familien angehörigen. Und es fühlt sich so nah, als sei man erlöst worden. Man zündet seine Kerze an und sie brennt mit den anderen. Ein besseres Gefühl, als das hatte ich mein ganzes Leben nicht. Er hat das Augen verweilen auf den Kerzen, und einen Moment lang scheint er ein jüngerer Mann zu sein. Gut, dann lassen wir die Kerzen auch brennen. Wie schön zu sehen, dass die Kerzen immer noch brennen. Ich hätte gedacht, dass sie schon ausgegangen wären. So, und damit sind wir auch schon wieder beim Eingang des Tempels. So, Wirtan, jetzt bestehst du mir mal Rede und Antwort. Hallo! Als du dich ihm näherst, lächelt wird er nervös. Ich glaube, das Schlimmste ist überstanden. Der Arm schmerzt etwas weniger. Er zögert. Du warst ziemlich lange da unten. Hast du etwas gefunden? Seine Augen schießen ständig auf den Ruinen hin und her. Du hast mich angelungen, die gebüttelten Überreste übergeben. Etwas, weswegen du nervös bist? Du musst dir aber selbst auseinanderklauen. Das ist also ein bisschen durcheinander. Habe ich? Hier sind sie, wie du es verlangt hast. Weggehen. Noch nicht, ich komme wieder. Etwas, weswegen du nervös bist? Nein, natürlich nicht, aber es ist niemals gut, an diesem Ort zu verweilen. Das ist alles. Wirtan wirft dir einen durchdringenden Blick zu. Hast du irgendetwas gefunden? Du hast mich angelogen. Was? Wirtan grinst unsicher. Ich habe alles klar dargelegt, auch die damit verbundenen Risiken. Ist es das, was du meinst? Ich sagte dir, dass es dort Spinnen geben würde. Außerdem werde ich die natürlich bezahlen, für die Unannehmigkeiten. Du und ich wissen ganz genau, was ich da unten gesehen habe, was sie mir erzählt haben. Wird er in die Luft heben. Wenn du mich nochmal anlügst, werde ich dir den Schädel in zwei sparen. Für einen ehrlichen Mann bist du aber ziemlich nervös. Liegt dir vielleicht etwas auf dem Gewissen? Wirtan öffnet den Mund, um zu protestieren. Etwas an deinem Gesichtsausdruck, aber hält ihn auf. Er schluckt nervös und schaut weg. Also letztendlich spricht jetzt seine Stimme leise. Wie hast du... Wie konntest du sie nur verraten? Sie vertrauen in dir. Dieser Ort ist voller Schatten. Die Geistert jener, die du umgebracht hast. Wie konntest du nur? Wirtan gibt ein merkwürdiges, buntes Geräusch von sich. Verraten? Ich war nie einer von ihnen. Diesem verrückten Jünger des zersplitternden Gottes. Wenn ich sie alle aus dem Dorf hätte treiben können, hätte, wenn... Du verstehst das nicht. Ich versuchte ihnen zu helfen. Wirklich. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag, ging ich zu diesem Tempel und warnte sie. Ich sagte ihnen, sie würden mit dem Feuer spielen und dass... Und dass Vendrix geduldig ewig halten würde. Und jedes Mal taten sie meine Warnung ab. Als ob ich nicht wüsste, von was ich redete. Als ob ich keine Opfer bringen musste, um zu versuchen, ihnen zu helfen. Ich hätte gut und gerne zusammen mit ihnen verhaftet werden können. Was ist passiert, als saß sie sie umgewacht, weil sie dir nicht zuhören wollten? Was ist passiert? Redrick ließ verlauten, dass ihre Verhaftung bevorstehen würde, dass er sie aus dem Tempel schleifen in den Kerker werfen würde. Aber nein, sie wollten nicht hören. Direktris, sie sagte, dass sie wiedergeboren würden, sollte etwas passieren und dass sie keine Angst hätte. Ich überzeugte sie, sich wesens zu verstecken. Im Tempel gibt es diese Schatzkammer, die voller alter Reliquien ist, Gold und solchen Dingen. Ich dachte, sie könnten sich darin verstecken und dass sie auch nach dem Abzug der Wachen etwas gehabt hätten, um sich freies Geleit aus dem Wirrwalt zu erkaufen. Zurück nach Edir. Als ich den Männern aber sagte, dass die Priester schon weggegangen seien, sie befahl die Versiegelung des Tempels. Ich konnte nicht mehr hineingehen. Wüttern schüttelte den Kopf. Es gab nichts mehr, was ich tun konnte. Eddars Augen sind groß und ungläubig. Nichts, was er tun konnte, ist, außer es jemandem zu erzählen. Das Dorf zusammen trommelt, ein Rettungszentrum zu organisieren. Wer ich es gewusst hätte, mit den eigenen Händen hätte ich sie ausgegraben. Sie gehörten zu den letzten anständigen Leuten in diesem Loch. Jetzt haben wir nur noch Leute wie die übrig. Du hättest dich melden können, Redrick, die Wahrheit sagen. Warum hast du mich da hinuntergeschickt? Anscheinend haben diese Priester das Schicksal selbst über sich gebracht. Du wettest so Bastard. Du hast sie im Stich gelassen, um deine eigene Haut zu retten. Du hättest Redrick, die Wahrheit sagen können. Wüttern nickt langsam. Das hätte ich und es hätte mich ruiniert. Vielleicht sogar getötet, aber ich hätte sie retten können. Er schaut mit feuchten Augen zu ihr hoch. Das habe ich nicht. Ich habe dir gesagt, wie es gelaufen ist, sagt Wüttern mit trauer Stimme. Ich habe dir gesagt, was geschehen ist. Jetzt bist du wohl an der Reihe, deine Entscheidung zu treffen. Für Wiedergutmachung ist es noch nicht zu spät. Wenn ich dich jemals wie dein Gold hat, sehe, bist du ein toter Mann. Wüttern, du bist ein Feigling, aber das ist kein Verbrechen. Gib mir dein Geld und geh mir aus den Augen. Du hast dich der Gerechtigkeit lang genug erzogen heute aber nicht. Ich will nur das Geld, das du mir versprochen hast. Es ist nicht zu spät für Wiedergutmachung. Wüttern hatte die Luft angehalten, atmet jetzt aber aus. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Jahre sind schon vergangen. Was soll ich denn jetzt machen? Begrab ihre Knochen, versuche ein besseres Leben zu leben, als du es bisher getan hast. Wüttern betrachtet die sterblichen Überreste. Er fährt sich mit einer Hand durchs Haar und stößt aber mal sein kittiges Atemgeräusch aus. Das kann ich machen, das kann ich. Ich werde sie zur letzten Ruhe legen und versuchen ihnen irgendwie gerecht zu werden. Danke sehr, wirklich, dafür was du getan hast, dass du mir eine zweite Chance gegeben hast. Ich werde sie gut zunützen wissen. Ja, wir sind jetzt wohltätig. Zwei. Das bringt uns leider nur nichts an unserer Gesinnung. Und wir haben begrabene Geheimnisse abgeschlossen. Die Vision, die ich in den Tiefen des Tempels sah, zeigte mir die Wahrheit über das Schicksal der Priester. Sobald ich Wüttern damit konfrontierte, gestand er mir seine Rolle. Er konnte nicht sagen, was ihn zum Schweigen bewegte, als der Tempel versiegelt wurde und die Priester so gefangen wurden. Aber das Verbrechen scheint ihn immer noch zu verfolgen. Ich beschloss ihn, ihm am Leben zu lassen. Vielleicht kann er im Laufe der Zeit mit seinen Taten fertig werden und wieder Gutmachung leisten. Hat das was in der Biografie geendet? Nein, da ist immer noch genug Kanna und da sind Visionen. Gut. Das heißt, wir werden jetzt wieder nochmal rasten, um unsere Wunden zu heilen. Wobei ich eigentlich gewillt bin, einfach direkt loszureisen und unterwegs zu rasten, weil Rastvorräte werden wir finden und der Rastbonus dürfte ja noch halten. Weil so angeschlagen sind wir noch nicht. Und Zauber haben wir auch noch jede Menge. Ja, aber vorher quatschen wir mal kurz mit Alof. Alof sieht ihn mit ruhiger Aufmerksamkeit an. Wie kann ich zu Diensten sein? Erzähl mir von Edir, wie lange war es denn? Er hatte so einen Vorschlag, was ich als nächstes tun sollte. Erzähl mir von Edir. Ich bin jetzt schon seit mehr als einem Jahr fort, aber ich vermute, die Wälder und Felder von Edir werde ich für immer als Heimat ansehen. Hinter uns liegen tausende Jahre von Geschichte und Brauchtum und damit geht ein gewisses Gefühl von Würde und Verantwortung einher. Er rützt die Stirn. Natürlich gibt es auch Altlasten. Unsere imperiale Vergangenheit ist in der Erinnerung vieler immer noch frisch, wie du hier gemerkt haben könntest. Es ist schwer gewesen, sich an das Leben im Dürwort anzupassen. Die Leute hier sind ungezwungen und heißblütig. Sein Mund verzerrt sich zu einem schiefen Grinsen. Beleidigungen schenken sie mehr Aufmerksamkeit als der Pflicht. Solange man aber Provokationen vermeidet, kommt man mit ihnen ganz gut klar. Er legt die Fingerkuppen zusammen. Ich habe mich jedenfalls gut genug angepasst, um meine Gedanken für mich selbst zu behalten. Wie lange warst du in Goldtal? Er zog mit den Achsen und zumpft am Samseimels Ärmels. Nicht viel länger als du. Wie du gesehen hast, war es kaum die Oase, als sie es angepriesen wurde. Hältst du einen Vorschlag, was ich als nächstes tun sollte? Naja, du hast hier das Kommando. Was mich betrifft, ist jeder Ort besser als Goldtal. Sein Blick fällt auf Edda. Nichts für ungut. Okay, das ist alles erstmal. Das heißt, ich gehe mal mit der Hoffnung, dass das nicht abklingt. Das steht hier, glaube ich, auch nirgendwo. Wie lange der Rastbonus hält, das ist es hier. Also, wenn ich jetzt außerhalb raste, ob er dann weg ist. Aber ich wage es einfach mal und begebe mich jetzt in den Esternwald. Und sobald ich den Esternwald fertig habe, raste ich dann halt. So, abseits von der Straße. Zu Redricks Festung im Osten nach Goldtal im Westen. Und ja, noch wollte ich dabei eigentlich nicht auswählen. In einige der Bäume wurden seltsame Symbole geritzt, die so rot und rau wie wundscharf sind. Ja, da hat entweder jemand Markierungen gesetzt oder so komische Warnungen. Oder hat die Bäume hier verflucht. Das könnte beides gut möglich sein. Ah, hier geht es nach oben. Ich will erst mal nach hier oben. Also hier hin. Weil sonst latsche ich hier unten lang und latsche dann wieder nach da oben. Ja, den Baum kann ich mir ansehen, sobald wir hier unten wieder unten sind. So, aber erst mal gibt es hier oben ein paar Skelette. Das eine Skelette war jetzt nicht weiter tragisch. So, das letzte Skelette ist auch weg. Den Pico und den Mordachs. Schwert und Schild. Dann gucken wir auch zwischen den Grabsteinen hier oben am Friedhof, weil das hier ist ein Friedhof. Was versteckt ist. Gute Abend, Burstum. Für den Fall, dass wir mal Fernkampf brauchen. Wäre dir nicht schlecht. Of course. Wobei ich glaube, die Ambus gehört gar nicht in unser Portfolio. Weil wir sind Bauer. Ja, Jagdbogen eigentlich. Aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir gucken, was hier noch ist. Ein Dolch, ein schwacher Schutzring und... Und ein paar Edelsteinchen. Ein Türkis. Gut, damit haben wir das hier oben gekleert. Also sind hier fertig, weil sonst hätte ich nochmal zurücklatschen müssen, um das hier zu erkunden. Und das wäre nervig gewesen. Ja, der Baum hier ist wahrscheinlich auch markiert, oder? Diese Schnitzereien glänzen mit frischem Saft, ja. Eine verbrannte Dame. Hier unten. Das sind Wichte. Wichte können wir da ein bisschen... Böser sein. Vor allem wenn es viele sind. Dafür haben wir aber ein bisschen Flächenfreier.